Wir sind die Sendung, die sagt, ja, es geht aufwärts mit Deutschland und wir haben es gestern und heute alle mit Freunden vernommen. Der Euro, unser Euro, den viele ein bisschen kritisch gesehen haben, ist so stark, er ist jetzt schon ein bisschen stärker als der Dollar. Der Euro ist jetzt so stark, die ersten Ossis sind jetzt bereit, ihre D-Mark umzutauschen. Ja, es wird so einfach, wenn Sie mit dem umrechnen. Amerika-Urlaub wird so billig, Amerika-Urlaub wird so unglaublich billig, Sie kriegen im Grunde noch was raus. Es ist so, ein Euro gleich ein Dollar und bald auch gleich eine Tee-Aktie. Helmut Zellett and the Rammies! Heute Abend, meine Damen und Herren, wieder mal ein Traumprogramm. Ein Traumprogramm heute Abend. Absolut. Also, diese Geste hier hat man lange nicht gesehen. Ja, hat man lange nicht gesehen. Du bist doch Tee-Fan. Ja, ich bin Tee-Fan. I love Ron. Hier, gibt es Neues von Ron, jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung, kurz vor 18 Uhr. Ja, ich guck gerade. I love Ron. Wird Ron es schaffen? Sommer tritt zurück. Sommer tritt zurück. Nein. Sommer tritt zurück. Sommer tritt zurück. Sommer tritt zurück. I love Ron trotzdem. Ja, ja, gut, aber zu spät. Er tritt zurück. Er tritt zurück. Wie viel? Äh, was? Wie, wie viel? Ablöse, Abfindung. Übergangshilfe. Ja, ja, ah, puh. Das Fautsum und die Ambulanz und Telekommission im Sommer ist beendet. Keine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Aufsichtsrat mehr möglich. Brandaktuell. Für Sie zu Hause jetzt natürlich schon durchgehäkelt in den Tagesthemen, im Heute-Journal und so weiter. Aber wir um 18 Uhr, für uns ist das neu. Ja, dann können wir das auch. Es steht auch, wer der Nachfolger wird. Macht es der Kanzler selber, macht es München. Wer macht es? Ähm. Danke, Sven. Er gilt als Übergangskandidat und damit, also Tänzer. Herr Tänzer. Notlösung. Notlösung. Ist aber auch nicht schön, wenn man als neuer Chef der Telekom mit, das ist unsere Notlösung, vorgestellt wird. Nein. Wer Sommer an der Spitze der Telekom ablösen wird, muss der Aufsichtsrat noch entscheiden. Aha. Also erst haben Sie, oder erst hat Herr Sommer seinen Rücktritt bekannt gegeben. Und jetzt entscheiden Sie, wer es wird. Was macht Ron Sommer jetzt? Bald im Fernsehgeschäft? Insider-Information. Bitte? Insider was? Ja, das sind Insider-Spiele, verstehst du? Ach so, ja. Das ist für die Zuschauer zu Hause jetzt besonders fesselnd, uns zu sehen. Ja, ich bin ganz irritiert, dass er zurücktritt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hätte auch gedacht, er zieht es durch, aber gut, okay. Ja, ich denke, er ist so ein toller Macher-Manager und ihr kriegt mich nicht weg. Warum tritt er denn jetzt zurück? Du weißt ja nicht, wie es dazugeht in so einer Vorstandssitzung, in so einer Aufsichtsratssitzung. Oder? Instrumente zeigen, oder? Ron! Wir haben nichts dagegen, wenn du bleibst. Du hast mich nie in dein Haus eingeladen, um zu telefonieren. Wie viel? Aber wer ist der Pate im Aufsichtsrat? Und vor allen Dingen, kriegt Ron Cash oder kriegt er T-Aktien? Häufig werden ja solche Deals dann auch bei Firmenübernahmen oder sowas in Aktien abgewickelt. Naja, ich meine, die schießt wahrscheinlich jetzt in die Höhe, ne? Könnte sein. Ja. Könnte sein. Vielleicht macht es Lothar spät. Ach. Lothar spät wird immer mehr zum... 48 Mal habe ich ihn gestern gesehen in den Nachrichten. Ja. Ja, und zwar das Interessante, ich habe festgestellt, das Bittige, Lothar will die Lippen erst wieder rausfahren, wenn er Minister ist. So. Da tut er mir voll drin. Hö. Und... Und... Und das war so toll, Lothar sitzt den ganzen Tag in seinem Büro und starrt auf die Titelseite der FAZ. Echt? Ja, das habe ich gestern gesehen. Und zwar mit der Handkamera. Geht doch mal bitte so im Halbkreis, so hier rum. So wurde das gestern gezeigt. Immer wenn es hieß, kann Superminister Spät das retten, dann sagt er, dass er sich dann saß er so da, ja, und dann saß so die Handkamera so um ihn rumgehen und er guckte auf das Titelblatt der FAZ. Faszinierend. Ja, faszinierend. Der sitzt in seinem Büro und liest in der FAZ, wo werde ich überall gebraucht? Hier. Und dann sagt er irgendwie, Leute, hört mal, da brauchen wir ein Start-up-Unternehmen, oder? Da müssen wir junge Leute ran und brauchen einen Adventure, einen Joint-Venture und so. Und ich weiß, wie ich damals noch ein Stadio aufstellen wollte von meinem alten Freund Frank Stella. Und da habe ich gesagt, hör mal Frank, das werden die Leute da in Jena nicht ohne weiteres und dann sagt er, Björner, komm schon mal rüber, haben wir das Stadio aufgestellt. Und Spät kann sein, dass Lothar Spät vielleicht halbtags die Telekom rettet. Ja. Halbtags, dass er tagsüber Superminister ist für Burger, Wirtschaft, Hormonschweine. Burger, ach so, Burger. Ja. Nicht Burger. Bitte? Nein, nicht Burger. Wieso denn Burger? Ja, Burger. Unsere Nahrung ist so versaut. Ach so, aber nicht die Burger, sondern die Schweine. Ja, aber der Schwein wandert ja an den Burger. Das heißt, Moment, wer weiß das schon? Der Burger ist doch Rindfleisch. Der Burger ist Rindfleisch und das Rindfleisch ist ja sauber. Ja, eben. Ja, es kommt jetzt nämlich von Renate, ich habe immer gute Laune Kühnast. Wieso war die nicht bei Christiansen? Ach so, die muss die Stelle kontrollieren. Ja, ich habe bei Christiansen gesehen, Stolpe hat sich irgendwie mit dem Magen. Der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident, habe ich bei, was war eigentlich bei Christiansen diesmal das Thema? Ist ja wurscht. Oder, Hauptsache man unterhält sich gut. Arbeitslosigkeit, Antistrategien. Arbeitslosigkeit, kann Lothar Spät uns retten. Und da sehe ich, und Stolpe muss irgendwie ein bisschen Druck auf den Magen haben. Schauen Sie mal rein. Die Arztkommission hat, wie ich finde, einen hochinteressanten Entwurf in der Mache. Und ich plädiere übrigens dafür, ihn zusammenzulassen. Also die Teile, die fördern heißen, drin zu lassen, aber auch die Teile, die fordern heißen, drin zu lassen. Das heißt? Das heißt, dass eben einerseits eine enorme Chance geboten wird, Arbeitslosen, die zum Beispiel über Zeitarbeit in einer Übergangsbeschäftigung ganz neu eine neue Beschäftigung finden können. Das war nicht irgendwie so, was soll denn das Geschwätz, sondern das kam vom Magen. Und wer war der Herr davor, der so lange gesprochen hat mit diesen lockeren Haaren? War doch eingeblendet, Herr Gerster. Herr Gerster. Aber wer ist Herr Gerster? Ist er nur einfach Herr Gerster? Na, Herr Gerster ist der Vorsitzende der Bundesanstalt für Arbeit. Ja, aber das ist ein Nebenjob. Was ist im Hauptberuf? Bruder von Frau Gerster. Natürlich! Bruder von Frau Gerster. Und die ist ja wiederum Madame Pisa. Ja, und die Frau von, nicht Herrn Gerster, sondern der heißt anders, ne? Ja, wie heißt der Mann von Petra Gerster? Ich mache es ja. Heißt er A. Frankfurter? Heißt er B. Pariser? Heißt er C. Münchner? Oder heißt er D. Nürnberger? Er heißt Nürnberger. Wo haben Sie sich kennengelernt? Das muss man wissen. Das war ja nicht irgendwie so eine Party oder so, sondern wo haben Sie sich kennengelernt? Wo hat Petra Gerster Ihren Mann kennengelernt? In der Kantine des ZDF am Deutschen Berg. Nein, nein, bitte, 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 bitte. Auslandsjob? Ja. Oh, äh, Frankreich? Ja. In einem Museum in Paris. Ach, wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, Sie haben sich doch über Heiratsanonze kennengelernt. Das weiß man nun wirklich. Da steht in jedem der acht Interviews täglich. Ja? In einer Heiratsanonze und der Treffpunkt war, ich glaube, in einem Museum in Paris. Sehr romantisch. Absolut. Ja. Finden Sie es nicht romantisch, ein Museum in Paris? Ja, natürlich. Ich habe doch gesagt, sehr romantisch. Ja, natürlich. Das klang so ironisch. Nein. Meine Damen und Herren, noch stehen wir unter diesem lähmenden Schock des Rücktritts von Ron Sommer. Ich hätte nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er zieht durch. Ja, natürlich. Ja? Aber zumindest etwas, was man einigermaßen nachvollziehen kann. Ja? Ich muss ehrlich sagen, für mich wird die gesamte Weltpolitik immer weniger nachvollziehbar. Weder kann ich teilweise die kriegsführenden Parteien voneinander unterscheiden, noch weiß ich, wo sie sind, noch weiß ich, warum es kracht. Aber seit dem Wochenende gibt es endlich einen Konflikt, den ich begriffen habe. Toll. Wo ich sage, ja, das kann man verstehen, dass da zwei Weltmächte gegeneinander rauschen. Das ist etwas, wo es sich lohnt. Wo ich sagen würde, wenn ich einer dieser, eines der Söhne einer dieser beiden Länder wäre, würde ich auch die Uniform anziehen und kämpfe, meine Damen und Herren. Ich sage nur, die Petersilieinsel. Haben Sie gesehen, wie die aussieht? Das ist die Petersilieinsel. Zwischen Spanien und Marokko, eigentlich schon vor Marokko. Hier, dieses Weinbaugebiet, Skipässe, eine Touristenidylle. Es gibt Erdöl, es gibt Gold. Die Kinder dort schreiben nur Einsen. Pisa weiß man nicht mal, wie es buchstabiert wird. Und um dieses Paradies kämpfen jetzt Spanien und Marokko. Das heißt, sie kämpfen auch nicht, oder? Nee, aber die Marokkaner haben es besetzt. Sie empfinden es als ihres. Und die Spanier auch. Und die haben jetzt Kanonenboote auffahren lassen. Die Spanier? Ja. Kanonenboote? Kanonenboote. Mit echten Kanonen drauf? Ja, na klar. Das heißt, die Spanier sind bereit zu schießen. Für dieses zugegebenermaßen am achten Tag erschaffene Paradies. Ja, aber es geht ja nur auch um... Ist das ein spanisches Kanonenboot? Ja, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt kommt, aber... Was ist das denn? Das ist vielleicht der falsche Dampfer, auf dem die Telekom war. Das ist das dein Schiff. Da hatte oben einen an schnellen Finger. Das ist ein anderes Kanonenboot. Ein deutsches? Ein deutsches. Der Panther. So hieß das? Ja, Panther-Sprung von Agadir, ganz berühmt, 1911. Das heißt? Kanonenbootpolitik des Kaisers. Das war damals noch Wilhelm II. Absolut. Der dann nach Holland gehen musste? Ja, aber später, sieben Jahre. Und was hieß Kanonenbootpolitik? Das hieß Durchsetzung von politischen Interessen mittels... Wir schicken mal schnell ein Kanonenboot hin. Hat das was genutzt? Ja. Wahrscheinlich haben die Spanier in den Geschichtsbüchern nachgeguckt. Schauen wir mal schnell nach, was die Deutschen in solchen Fällen machen. Ist Spanier in der NATO? Ja, klar. Ja, klar. Natürlich. Ist Marokko noch der NATO? Nein. Nein, noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Auseinandersetzung 25 Jahre dauert. Ja, und dann tritt Marokko auch der NATO bei. Klar. So wie mit den Russen damals. Da war man ja auch erst, hat man sich missverstanden und so weiter. Du meinst kalter Krieg mit Marokko? Soll ich diesen Gag jetzt bringen? Geht das bei diesen Temperaturen oder wie? Nein. Ja, welchen? Nein, ich habe einen besseren. Ich hoffe, die marokkanische Luftwaffe bleibt auf dem Teppich. Was liest eigentlich Lothar Specht den ganzen Tag auf der Titelseite der FAZ? Die Kommentare und die Berichte. Nur vorne drauf. Innen, Feuilleton, Sport und so weiter. Der Blick aus Zürich und so, das interessiert ihn alles gar nicht. Deutschland und die Welt. Nein, das ist halt nicht. Er sagt übrigens immer, wir brauchen einen Versuch. Wir brauchen einen Versuch. Ich muss doch, wenn ich ein Unternehmen führe, als Start-up-Unternehmen, wenn ich hingehe und sage, Leute, da habt ihr eine Chance. Und wir hatten einen Professoren, einer unserer zahlreiche Professoren, die uns jeden Abend sehen, geschrieben. Diese Analyse von einer Universität, ich weiß nicht mehr, wo das war, ich glaube Paderborn oder so. Eine Analyse, warum Leute aus dem süddeutschen Raum, auch ich zähle dazu, nicht sagen, wir brauchen ein Unternehmen, sondern wir brauchen ein Unternehmen. Aber das sagt der Kanzler doch auch. Eine dolle Sache hier. Eine dolle Sache. Aber der Kanzler spricht ja sozusagen, wie er schreibt, nämlich durchgehend. Der Kanzler macht ja keine Pause zwischen den Wörtern. Aber wenn der Kanzler eine dolle Sache, dann ist das dieses norddeutsche M. Während es bei Lothar, diese Angst des Süddeutschen ist, eine zu sagen. Sich bei dem EI, ist das ein Umlaut? Ja. Zu verraten. Haus. Ja, Haus. Eine Firma. Wir brauchen eine Firma. Und die Süddeutschen glauben, das klingt hochdeutsch. Ach so. Ja. Wir brauchen eine Firma. Wir sollten mal Lothar Späth eine Rede aufmachen und jedes Mal, wenn er nur ein Sack, fünf Mark ins Schweinderl. Oder fünf Euro. Noch besser. Gibt es eigentlich ein fünf Euro Stück? Nein. Nein, es gibt nur ein fünf Euro Schein. Ja, eben. Ja. Das ist auch klar. Wir brauchen ein Start-up-Unternehmen. Ist doch ganz klar, wenn ich jetzt rangehe mit der Harz-Kommission erstmal Versprechungen mache, dass ich das eine Weile, eine Weile erstmal testen muss, bevor ich sagen kann, Leute, das hat einen Wert oder auch nicht. Ich muss doch erstmal sagen, Leute, wir haben Aufschwung, aber ihr seid nicht mehr dabei. Das ist eine harte Sache, aber die verstehen es, wenn ich ihnen persönlich sage. Und dann guckst du wieder, FAZ. Ermittlung gegen Priester. Meine Kirche. Ich habe ein Rätsel für dich. Ja. Das ist auch für Sie zu Hause mal interessant. Was ist das hier? Ich habe Kopfschmerzen und nehme kein Aspirin. Nein. Teilnehmer eines Straßenfests in Speyer, das live vom Südwestfernsehen übertragen wird. Ach ja. Ja, weil die Bühne so aufgebaut ist, dass Sie drei Stunden in die Sonne gucken müssen. Habe ich am Freitag gesehen. Und da stand Tony Marshall oben mit seinem Sohn, ja, immer noch, hallo Freunde. Mit den alten Gesten. Mein Herz, liebe Freunde. Ja. Und sang Tony Marshall, jetzt ist übrigens blond. Ja, was denn sonst? Ja, früher war er mal schwarz. Echt? Ja. Ganz blond. Alle durchgehend, alles blond. Hier. Das ganze, komplette, volle Haar, alles blond. Und er sang mit seinem Sohn einen Song, der hieß, und wir werden Weltmeister. Das hat mich sehr irritiert. Entweder war es eine sehr alte Aufzeichnung, ja. Oder Tony hat falsch getextet. Projekt 0406. Genau. Und die Leute, die die Hand so frei hatten, machten unten so mit dem Feuerzeug bei Tageslicht, weil sie sagten, man spielt mal wieder Fußball, wie es früher einmal war. Bitte nicht, Tony. Ja, Fußball, wie es früher einmal war. Und er sang mit seinem Sohn mit schönen alten Gesten. Und dann wurde Speyer vorgestellt. Brezelspeyer und Weinspeyer und Kopfflascher. Vier Stunden lang. Ja, ist doch schön. Fantastisch. Ich war noch nie ein Speyer. Ich auch nicht, aber man sollte mal hin. Ja. Das ist eine Geschichte. Den Altkanzel habe ich auch gesehen auf einer Wiederholung bei Sandra Maischberger. Ah ja. Ja, er wurde befragt zu Heiner Geißler. Und? Er wurde sehr böse. Aber er ist ja nicht böse. Wissen Sie, der Heiner Geißler, der hat versucht, mich zu stürzen. Da führt keine Brücke mehr hin auf dieser Welt. Das hat mir sehr gefallen, obwohl es die Wiederholung vom Dezember war. Aber es stand zumindest drunter. Es gibt andere Talkshows, wo Menschen zu Gast sind, die... Und da steht es nicht drunter. Und er sagt, wissen Sie, da führt keine Brücke mehr hin, aus dieser Welt. Und da hat er ein Spiel gemacht mit Ronald Recken. Du kennst Ronald Recken? Ja, kenn ich, ja. Und er sagt, wissen Sie, wir saßen am Tisch, der Ronald Recken und ich. Und dann sagte ich, Ron. Und dann sagte ich, Ron. Jetzt nehmen wir beide mal einen Titel. Und da schreibt jeder drauf, wer war der bedeutendste amerikanische Präsident des letzten Jahrhunderts. Lebende ausgenommen. Und was hat Ron und Helmut draufgeschrieben? Also Ron hat ich draufgeschrieben. Nein, Lebende ausgenommen. Ach so, Lebende ausgenommen. Truman und Kennedy. Truman ist richtig, aber beide haben Truman draufgeschrieben. Also. Ja, beide haben Truman draufgeschrieben, weil er Stalin durchschaut hat, hat Dr. Kohl gesagt. Ich wusste es nicht. Bis dahin war es Roosevelt. Interessiert dich das nicht, oder wie? Ja, natürlich interessiert es mich. Ja, habe ich Truman richtig geraten, oder nicht? Truman hast du richtig geraten? Ich dachte, du hättest es gewusst. Nein. Also, meine Damen und Herren, Sie wissen, unser großes Projekt 0406, die deutsche Mannschaft auf dem Weg zu zwei Titeln, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. 0406, Helmut. 0406. Projekt 0406. Projekt 0406. Was haben wir heute für unsere Fans draußen mitzuteilen, meine lieben Freunde? Projekt 0406? Eigentlich nichts heute. Nichts? Keine Neuigkeiten? Nein. Danke. Helmut? 0406. Projekt 0406. Projekt 0406. So, heute ist die letzte Woche vor dem Urlaub, meine Damen und Herren. Donnerstag die letzte Sendung. Dann sind Ferien bei uns bis 20. Am 20. August kommen wir wieder. Am 20. August kommen wir wieder. Heute ist der 16. 18.07. Ich mache mal einen Eintrag ins Klassenbuch. So, krank? Steffi. Steffi, schwer? Äh, kleine Lebensmittelvergiftung. Die kleine Lebensmittelvergiftung aus unserer Kantine. Ja, was denn? Nein, nicht aus der Kantine. Was denn? Ich weiß es nicht. Würmer im Sushi? Ja, so genau ist das ja oft nicht zu localisieren. Prosecco veraltet? Ja, irgendwie sowas. Man weiß es nicht. Nein, also sie hat keinen konkreten Grund angegeben. Mit Übergabe? Äh, ich glaube schon. Das habe ich auch gesehen am Sonntag. Let it bleed bei den Stones. Let it bleed, 40 Jahre Rolling Stones. Ach, let it bleed. Let it bleed. Bleed. Let it bleed. Let it bleed. Und da hat ein Journalist erzählt, Keith Richards hat einem anderen Journalisten die Jacke vollgekotzt. Und der Journalist hat voller Verachtung gesagt, und dieser Kollege hat sich zwei Jahre die Jacke nicht reinigen lassen. O-Ton stellt sich das vor, die Drogenkotze von Keith Richards. Das waren die Stones. War das so bei Steffi? Ich weiß nicht, ob sie jemanden die Jacke... Spiel mal Hunky Tank Woman, oder? 40 Jahre Stones. Ich sing mal ein bisschen Hunky Tank Woman, oder? Ich warte, wenn ich mit dem Text komme. Ja, okay. Okay. Deh, 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 deh. Okay. Okay? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020